hallo und eine herzlich willkommen zurück meine liebe freunde hier ist super mario maker weiter mit dem event level wir haben schon wieder ein paar gemacht ihm jetzt den import und in den vorletzten partner vor vorletzten partner vor vor vorletzten part schaut einfach mal rein und wir gehen weiter mit gäster forschung wir übergeben das wort am professor geht denn man da niemals schläft wenn es um erforschung paar normale phänomene geht in dieser gruseligen wille hat sich irgendein schelmischer spuk bereit gemacht schnell das ist die gelegenheit trotz der gefahr unterringen ein sieg für den wissenschaftler professor minute ist der rekord also ist längeres level längeres level für uns mal wieder kein kurzes hat doch hat doch hat doch hat doch hat doch hat doch hat und dann hat doch mit abuna fest runter und zock so kommen wir runter das war haarscharf wir sind aber nicht mehr professor geht oh mein gott hilfe wo geht es hier lang so stehe hier hotdog hotdog ja hier steht ein bisschen scheiße freunde ich glaube doch nicht doch nichts gleich jetzt habe ich schon gerade gedacht dass es das gleiche hat gleich angefangen aber ist nicht gleich habu habu wow oder so neuer habe ich gar nicht gesehen hot dog okay natürlich ist das block das war aber knapp so weiter geht's jetzt kommt sicher was böse sonst wird kein checkpoint geben und weiter lasst mich einfach in ruhe ich habe euch nichts getan einfach die skater genau ich springe auch noch genau in den geist rein ich vogel um mein gott ich habe das dadurch hat das wirklich den doch hat so ich muss nach oben nach oben so durch wir sind weg sind durch monster raus so richtiges böses monster gemein hot dog hot dog so war das war knapp ich soll mich glaube ich bei allen weil da ist okay natürlich ich spring genau noch rein warum ich gebe es auf wow es war weiter sprung schaffe ich da nicht verdammt ich habe gedacht dass durch sprinten so richtig durch jumpen aber ohne pilz heftig ohne pilz ist das heftig es ist echt heftig zack lasst mich doch in ruhe tschüss knochenbahn so ich will jetzt da durch springen ganze zeit wenn ich nicht warten kann bis die lücke kommt aber ich muss ich muss warten bis ich da durch komme bis ich da durch komme so hier bin wir ja ja ich muss erst hier noch durch stimmt das haben wir ja auch noch ab unabhängig zack einmal runter einmal abwärts hot dog er hat mich vorher erwischt voll gemein Wir haben gar nichts gemacht. Ich komme auch so hoch. Ach, das ist wahrscheinlich, um hier ganz hoch zu springen können. Aber egal, wir haben es geschafft. Nach 10 Minuten oder so. Gefühlt in 10 Minuten. Ja, der Professor Igitt hat es gepackt. Geschafft. Und eine neue Figur. Ja, eine nach dem anderen holen wir uns. Das ist doch episch. Okay, das haben wir. Ja, dann Tokari 2, eh, eh, 100, 216, genau. 2016 Wettbewerbs-Level 1 Diesel-Level von Nintendo 4. Tokagai 2016, ein großes Videospielevent in Japan gebaut. Er wurde als erster Run im Finale. Baumeister-König-Spieler-König-Wettbewerbs verwendet. Okidoki. Jo. Wenn welche Level im, äh, oh scheiße. Oh! Wenn welche Level wirklich in solchen Championships oder so verwendet werden als Run, ist schon heftig. Kann ich hier nicht einfach. Nein, kann ich nicht. Ich muss Oh, fuck. Was? Ich muss nicht da schon so schnell durchkommen. Wie heftig. Voll heftig. Ja, toll. Hä? Muss ich jetzt echt mit einem Run durchkommen? Das hoffe ich doch gar nicht. Wow, fuck. Wow, fuck. Wow, fuck. Das könnte man schaffen, als man wirklich schnell ist. Japaner hat es schon geschafft. Der wäre schon fertig. Aber da kommt man gar nicht durch. LOL. Jetzt bin ich da oben festgegangen. Scheiße. Aber es hat geklappt. Ich hätte ihn auf den springen können, wenn er sich richtig getroffen hätte. Wow. Das war gerade übelst knapp. Springt. Ich spring. Ich spring ja schon. Aber er springt nicht. Mario möchte nicht springen. Wenn ich springen möchte. Speedrun. Guck, schau wieder. Ich drück springen. Er springt nicht. Ich schmeiß das Touchpad gleich gegen die Wand. Dann spring da, weil ich nicht sag. Natürlich bin ich da zu schnell. Mann. Nur weil ich Speedrun machen möchte. Einfach früher springen. So. Wir haben es geschafft. Ja. Wow. Wir wissen gleich da nochmal, wie es aussieht. So. Einmal. Zweimal. Oh, eine Blume. Die brauche ich. Die Blume. Die brauche ich. Okay. Ich muss immer weiter hoch. Wow. Wow. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Mach hier auf, damit ich hier auch wieder durchkomme. So. Und nun? Dein Ernst. Und nun war ich jetzt hier runter. Oh, nee, oder? Oh, das gibt es doch nicht. Das ist echt der Hammer. Natürlich reicht es nicht. Leck mich am Arsch. Ich habe immer so viel Pech, Freunde. Wieso macht das Spiel das mit mir? Oh, Mann. Na komm, schieß. Gib Gas. Zack. Oh, es gibt es doch nicht. Oh, wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht? Mann. Das haben sie als Run verwendet. Oh, gehen. Hat alle drei Kugeln vorbei. Dennoch die Blume verloren. Also, ich schaffe es. Dein Ernst. Bei sowas bin ich so ungeduldig. Und dann geht gar nichts mehr. Dann schaffe ich nicht mal das einfachste Zeug. Das ist echt bitter. Ich mag das überhaupt nicht. Okay. Ich muss den da runter lassen. Warum bin ich da jetzt festgegangen? Ich hätte ja locker durch müssen. Nein, erstmal mit einem fetten Schädel da hängen geblieben. Ich glaube, es war bei seiner Geburt hängen geblieben. Ja, genau. Schieß das Ding da um nicht mal. Warum? Oh, Spiel. Spiel mobbt mich gerade echt. Habst du das Gefühl? Sagte. Nö. Dem Jungen lasst mir ja gar nichts. Den können wir nichts. Der muss richtig leiden. Warum springt der denn so so lahm? Ich glaub's nicht. Oh, Mann. Jetzt bin ich wieder her. Lass die Kugel runter. Oh, mein Gott. Geh auf. Schön. Jetzt hab ich die... Oh, nein. Jetzt muss ich das Blumen holen. Gott sei Dank. Ich hab euch da aufgemacht. Ja, da kommt die Kugel von... Da links noch. Okay. Jetzt müssen wir da hoch. Natürlich. Ich hätt's gedacht, da sterbe ich jetzt sogar noch. Das gibt's doch nicht, oder? Kommt. Kugeln. Endlich. Aber grad so. So. Jetzt muss ich den Run nochmal schaffen, oder wie? Okay, den muss ich kaputt machen. Und? Dein Ernst. Lass mich verarschen. Ich muss den Run nochmal schaffen. Hilfe. 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 Oh. What the fuck? Das war knapp. Tschüss. Tschüss. So, weg. Weg mit euch. Ach, okay. Aber. Geschafft. Ich glaub's nicht. Oh. Ein Krampf. Ein Krampf, hey. Oh, nee. Witz. Gut, gut. Für 40 Sekunden und die 4 Minuten. Alter Schwede. Oh, krass. Egal. Geschafft. Tokagi 2016 Wettbewerbs Level 2. Diesmal von Nintendo für Tokagi 2016. Ein großer Videospieler mit Japan gebaut. Er wurde als zweiterer an den WD-Finales. Baumeisterkönigsspieler. Königswettbewerbs verwettet. Wenn er genau so schlimm ist, dann gibt's aber. Gibt's Batsch. Gibt's paar hinter den Löffel. Ja. So läuft. Fängt gut an. Ja. Muss ich ja echt warten, hä? Oh, ja. Jede. So. Dann hier durch. Dann haben wir das. Was passiert hier? Ich komm hier gar nicht durch. Höh. Wie komm ich jetzt weiter? Höh? Ah. Hör mich. Hör mich. Helfer. Der Tottenhund mag mich hauen. Dadurch. So. Ja, wenn die umgesprungen wäre, wäre es kaputt gegangen. Ich seh nix. Oh, man. Aber ich bin Stern. Ist mir egal. Bam, 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 bam. Oh. Boah. Ich hab gedacht, ich sterbe. Ja. Ein Pilz. Ich glaub's nicht. Aber grad so. Hallo. Ich springe genau rein. Hilfe. Hilfe. Okay. Und da oben. Und. The fuck. Meine Verarsche. Ich seh ein Verarschen. Toll. Jetzt darf man das gleiche Scheiß nochmal machen. Oh, Mann. Hoch. Hoch. Und ein Pilz. Ja. Ah, der Tottenhund. Hilfe. Hilfe. Ach, nee, oder? Ach, Gott. Na, komm. Gib mir mir jetzt. Er geht doch. So, blöder Kettenhund, du blöder. So, einmal. Dann war das. So, solange die nicht runtergehen, ist es halb so schlimm. Und ein. Ja, Stern. Juppie. Und nochmal ein Pilz. Zack. Und rein. Ui, 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 ui. Also unten lang. Völlig verarsche. Die Schweine. So, dann haben wir das. Äh, okay. Was soll das? Wieso? Wieso machen die sowas? Was ist hier hinten? Nichts. Was kommt raus? Oh. Die Pilz, bitch. Was ist hier? Hm. Ah, da bin ich hier oben. Oh, fuck. Okay, das heißt, ich wusste bitte Pizze, bitch. Bitte Pizze, bitch. Oben hin. Erstmal alles. Aushöhlen. So. Jetzt hier wahrscheinlich auch noch weiter. Natürlich. Da brauche ich hier oben noch ein Pizze, bitch. Pizze, 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 pizze. Kommt da und uns weiter? Das ist die gute Frage. Egal. Wir machen jetzt einfach auf ein Run. Ein Run. Ein Run. Ich muss hier Gas geben. Ach, scheiße. Hier geht's ja gar nicht weiter. Nein. Krass. Übel. Übel, übel. Sprach der Übel. Und verschwand in der Wand. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Schneller. Natürlich schaffe ich die Tür nicht. Ja, voll, voll hart. Brauche ich einen zweiten. Brauche ich einen Spott, Pizze, bitch. Pizze, bitch. Kommt da und uns weiter? Weg mit dir. Gib mir einen zweiten. Gib mir einen zweiten, Pizze, bitch. Gib mir einen zweiten, Pizze, bitch. Und zwar, der Pizze, bitch, bitte. Bitte, 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 zwei, Pizze, bitch. Danke dir. Oh, natürlich. Ist der weg. Natürlich. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Willst du mich verarschen? Oh, Mann, hey. Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. So, zack. Das reicht nicht. Oh, dann bleib ich hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Freunde, ich werd gemobbt von diesem Spiel. Komm, gib mir... Gib mir einen zweiten. Oh, komm, 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 gleich raus. Nicht gleich machen können, so. Zack, einmal durch. Dann ist es ja kein Problem. Dann ist es ja easy, peasy, peasy going. Oh. So, hier durch. So, das war's, oder? Natürlich. Ah. Gut, gut, gut. Level beendet. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Okay, meine lieben Freunde. Da würde ich aber sagen, das war's mit dem Part für heute. Im nächsten Part gibt's noch ein paar Level. Und ja, ich hoffe, ihr schreibt mir Kommentare und lasst einen Daumen ab. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.